Hallo und einen schönen guten Morgen. Herzlich willkommen zum Wetter bei Wetter.net. Ja, der Wettermann im kurzen Poloshirt, das kann nur Frühling heißen und genau der ist ja am Wochenende in Sicht. Und wir schauen auch gleich mal, wie geht es danach weiter. Gestern haben wir darüber berichtet, so zum letzten Februarwochenende könnte es nach dem amerikanischen Wettermodell wieder etwas kühler werden. Vielleicht sogar mit der Option auf einen Märzwinter kommt es wirklich so. Das schauen wir uns gleich etwas genauer an. Und die Wetterlage ist wirklich einfach nur extrem. Vor 14 Tagen stand ich schon mal an dieser Stelle, habe über das kommende Wochenende damals berichtet, über Schneemassen, 20 bis 40 Zentimeter Neuschnee, Schneesturm, Eisregen, strenge Nachtfröste. Und heute, 14 Tage später, berichte ich für das kommende Wochenende über Frühlingswetter, Grillwetter, T-Shirtwetter. Und alles nur in 14 Tagen und alles nur im Februar, das ist wirklich ein Schaukelwinter. Nach Schneemassen und strengem Nachtfrost kommt plötzlich Grillwetter und Wärme. Das ist ein Wetterwechsel um 180 Grad. Doch schauen wir uns mal die Höchstwerte von gestern an. Und die waren schon vor Frühlingshaft mild. In Buchenbach, in Baden-Württemberg wurden 15,7 Grad gemessen. Müllheim 15,2 Grad. In Freiburg 13,5 Grad. Ebenfalls in Saarbrücken. In Kempten 13,2 Grad. In Aachen 13,0 Grad. Und auch in Köln gab es gestern Temperaturen über 10 Grad mit 12,0 Grad. Also der Vorfrühling, der ist vor allen Dingen im Westen und Südwesten schon angekommen. Und er geht weiter. Wo er nicht weiter geht, das ist hier in Athen in Griechenland eine Aufnahme von gestern Nachmittag. In Athen bei 0 Grad Schneegestöbe. Die haben jetzt quasi unseren Winter abbekommen. Wir dagegen bekommen jetzt das Frühlingswetter. Und am Wochenende wird es teilweise sogar so warm sein. Und noch wärmer als auf Mallorca bei uns in Deutschland. Also wirklich eine verrückte Wetterwelt. Wir blicken auf das Wetter vom heutigen Mittwochmorgen. Im Osten und Südosten gibt es dicke Wolkenfelder. Stellenweise fällt daraus Regen. Das sind diese grünen Symbole. Nach Westen, da ist es teilweise trocken. Nur ganz vereinzelt gibt es hier noch kurze Regenschauer. Hier und da lockern die Wolken auch mal auf. Das Wetter heute Nachmittag insgesamt zieht der Regen weiter Richtung Polen. Auch in der Mitte gibt es stellenweise noch ein bisschen Regen. Vor allen Dingen im nördlichen Bayern. Ganz im Süden, da lockern die Wolken auf. Und zum Abend, da setzen sich die Wolkenauflockungen in der Mitte und im Süden fort. Es bleibt dann eigentlich überwiegend trocken. Die Temperaturen heute maximal im Westen bis zu 13 Grad. Punktuell auch noch mal 14 oder 15 Grad. Im Nordosten deutlich gedämpfter, so 6 bis 7 Grad. Hier noch einstellige Temperaturen. Ebenfalls hier im Südosten hier auch Maximalwerte um 8 Grad. Aber überall Tauwetter. Nirgendwo gibt es heute mehr Dauerfrost. Und auch die kommende Nacht, die ist vielfach frostfrei. Im Westen werte um die 6 Grad. Sonst so 3 bis 2 Grad. Stellenweise aber die Option auf Bodenfrost. Und dann kann es auch mal auf den Straßen glatt werden. Und nur hier im Südosten, da gibt es stellenweise Luftfrost bei Temperaturen um die 0 bis minus 1 Grad. Am Alpenrand sind auch mal minus 2 oder minus 3 Grad drin. Wir blicken auf morgen früh, Donnerstagmorgen. Insgesamt ein freundlicher Start. Überwiegend trocken. In der Mitte und im Süden, da gibt es kaum Wolkenfelder. Teilweise mal Auflockerungen. Mehr Wolken hier im Norden und Nordosten. Und im Tagesverlauf, da nähert sich dem Westen wieder Regen. Vor allen Dingen das Saarland und Rheinland-Pfalz bekommt dann morgen Nachmittag und Mittag etwas Regen ab. Und dieser Regen, der breitet sich zum Donnerstagabend weiter aus nach Niedersachsen. Teilweise nach Nordrhein-Westfalen. Rüber bis nach Sachsen-Anhalt. Sonst teilweise vor allen Dingen im Süden auch noch recht freundlich. Bei einem Mix aus Sonne und Wolken. Die Temperaturen morgen ein bisschen wärmer als heute. Bis zu 15 Grad am Niederrhein, bis zu 14 Grad am Oberrhein. Im Osten so 8 bis 9 Grad. Und auch im Süden ähnliche Werte um die 8 Grad. In der Mitte um die 7 Grad. Wir blicken auf die Ensemble-Vorsage bis zum 4. März. Und gucken nochmal, ist da irgendwas in Sachen Märzwinter zum Monatswechsel in Sicht. Gestern sah es ja so aus. Aber heute müssen wir feststellen, da ist nichts mehr winterliches bis zum 4. März zu erkennen. Im Rhein-Main-Gebiet wird es in den kommenden Tagen immer wärmer. Temperaturen bis über 15 Grad. Danach zwar eine leichte Abkühlung, aber Frost ist da eigentlich erstmal kaum in Sicht bis zum 4. März. Also Märzwinter zum Start in den März. Das sieht momentan eher nicht danach aus. Immerhin ein paar Niederschläge sind dabei zum Monatswechsel. Das dürfte aber bei diesen Temperaturen meist eben Regen sein. Wir blicken auf den Osten Deutschlands bis zum 4. März. Und auch hier ein deutlicher Temperaturanstieg in den kommenden Tagen. Teilweise über 15 Grad. Danach auch hier etwas kühler. Aber auch hier können wir festhalten, Märzwinter zum Monatswechsel zum Start in den März ist nicht in Sicht. Nach der aktuellen Prognose ein paar zaghafte Niederschlagssignale. Und auch das dürfte hier meist Regen sein. Wir halten also fest, der Winter ist für den Februar eigentlich weitgehend gegessen. Da wird es im Februar wohl kein Winterwetter mehr bei uns in Deutschland geben. Jetzt wird es richtig mild werden in den kommenden Tagen. Und das sehen wir besonders am Wochenende. Hier nochmal die Höchsttemperaturen. Aktuelle Berechnung für den Samstag im Westen. Am Niederrhein bis zu 17 Grad. Von Rheinland-Pfalz runter bis zum Oberrhein. 15, 16, teilweise 18 Grad. Und auch im Osten und Norden wird es jetzt deutlich wärmer. 14 Grad wird es da am Samstagnachmittag haben. Und auch im Südosten um die 13 und auch in der Mitte Temperaturen um die 13 Grad. Und das ist das Wetter am Samstagmittag. Stellenweise nur dünne Wolkenfelder, vor allen Dingen nach Süden. Das heißt hier überall immer wieder Sonnenschein. Nur im Nordwesten sind die Wolken zahlreicher. Hier hat es die Sonne schwerer, aber insgesamt ein sehr freundlicher Samstag. Und auch der Sonntag, der liegt noch eins obendrauf in Sachen Temperaturen. In der Westhälfte 19 Grad. Von Nordrhein-Westfalen über Rheinland-Pfalz bis nach Baden-Württemberg in der Spitze. Sonst hier im Nordosten 16 bis 17 Grad. In der Mitte um 14 Grad. Und im Südosten ebenfalls um die 14 Grad. Und das sind wohlgemerkt die amtlichen Temperaturen. Und die werden nun mal gemessen in zwei Metern Messhöhe im Schatten. In der Sonne, und davon wird es viel geben am Sonntag, wird es wahrscheinlich gefühlt noch ein bisschen wärmer sein. Da sind auch vor allen Dingen im Westen mal gefühlte 21, 22, 23 Grad in der Sonne möglich. Also bestes Grillwetter, bestes T-Shirt-Wetter. Der Winter macht wirklich eine 180-Grad-Drehung. Dauerfrost bis Ende Februar. War ja hier und da mal im Gespräch, wird es nicht geben. Es wird extrem warm. Und wenn es ganz dumm läuft, dann wird der Februar wahrscheinlich am Ende sogar noch zu warm enden. Dabei ist er aktuell noch deutlich zu kalt verglichen mit dem Klimamittel. Also wirklich ein krasser, krasser Wetterwechsel. Das war es vom Wetter hier bei Wetter.net. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und wir freuen uns auch über ein Abo auf unserem Wetterkanal hier bei YouTube. Und denkt dran, neben dem Abonnieren auch die Glocke zu betätigen. Und zwar auf alle Benachrichtigungen zu klicken, damit ihr kein Video bei uns hier von Wetter.net verpasst. Ich wünsche euch einen schönen Mittwoch. Macht's gut und bis bald.